So Karsten, hallo, willkommen bei Skydive Nuggets, wie geht's dir? Ganz gut. Ganz gut, ein großer Lachen, das ist gut. So, was machst du hier? Na, ich will heute meinen ersten Tandemsprung machen und ich bin ziemlich aufgeregt. Ist das eine gute Idee oder? Eine sehr gute Idee. Bist du allein hier oder? Meine Frau und mein Hund baten draußen, ich weiß, das ist scheiße. Man kann sich ändern. Managementproblem. Viel Spaß. угends. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018